Der neue Bukati, der neue Bukati, der ist mittlerweile schon ziemlich alt. Äh, egal. Elhassaf. Oder? Oh, ich weiß eigentlich nicht. Hallo. Ja. Hallo. Ey, Paul, ist das Clemens? Echt? Alex, ist das Clemens? Der hat nichts reingeschrieben. Der hat ja nichts reingeschrieben. Alex, ist das Clemens? Alex, würdest du dich bitte muten, während du telefonierst? Du störst ein bisschen. Danke. Aber war das jetzt Clemens? Hast du noch einen Compensator? Äh, nein. Ja, du. Du. Hals, komm. Ist das jetzt euer Ernst? Ich bin nicht so gefahren. Das ist ja wohl hier ein Offroad-Ding. Das wird ja wohl über so einen Hügel drüber kommen. Geht doch. Nein. Was ist denn das überhaupt? Oh, nee, das ist ein Grafikpack. Okay. Ich dachte, da geht ein Hügel, aber... Ja, ich hatte ein Grafikpack, das ist dann ein Hügel. Huckzack, die ohne mich, Pupke. Weil du die ganze Zeit schon fressen bist. Verräter. Nein. Komm. Das geht nicht. Das dachte ich mir auch gerade. Nein, wie sollen wir... Dann hier rechts nicht zauern. Ja, bam. Oh, ich hätte mir episch hervorgestellt. Mein Huckzack geht hinten durch die Parkbank, ne? Krasser Rucksack, Alex. Ja, wie bitte? Du hast einen krassen Rucksack. Ja. Der ragt auch minimal durch den Sitz. Ja. Darf ich so krass. Oh, frische Luft. Hey, Alex. Wie geht's denn da hinten? Können wir uns eigentlich gegenseitig abschießen? Ja. Alter Schwede. Das war mit Absicht, nehme ich mal an. Nein. So, gehen wir hier hoch. Hier um sind wir bei Spiegelseff. Sag mal, Chris, hattest du nicht irgendwie ein Zweifach oder sowas über? Ja. Jungs. Auto. Jungs, Auto. Moment, leck. Jetzt. Werd auf uns zu. Ist das nicht unser Auto? Nein, ballern. Alter, ist leck. Wow. Ausgestiegen, glaube ich, oder? Noch ein Auto, recht. Noch ein Auto, recht. Richtig, ja. Richtig, die FPS-Drops. Oh! Wir werden auch beschossen? Von weiter oben? Ja, ist... Ja, wenn wir jetzt kurz... Alter, bei mir lag uns die ganze Zeit. Das macht ein Windows gerade. Ich gehe mir kurz... Ja, ich habe einen ausgelockt mit der Granate. Ich gehe mir kurz den Saft geben. Der ist ein Vierfach drin, verdient dann, Alex. Ah, nice. Alter, stimmt. Ich habe echt krass FPS-Drops gerade. Geh mal weg von dir. Ja. Ich habe einen von denen ausgelockt, ne? Aber... Du bist von weiter weg geschossen. Ist dir auch nicht bewusst, ne? Ja. Ja. Der stirbt noch nicht, ne? Nee. Ah, da! Hatten. Ja, aber da... Okay, ach so... Aber man hat 50 AP verloren von hinten oder so. Ja, von hinten. Kasten nehme ich gern. Granaten... Ich muss mich kurz heilen. So, hier. Fahne, ja. Bin ich zufrieden? Bin ich zufrieden? Bin ich zufrieden? Bin ich zufrieden? Äh, Jungs, die pushen von der linken Seite, äh, von der rechten Seite um den, um den Hügel herum kommen gleich heute. Rechts um, um den Stein herum. Sind sie also schon unten? Nein, direkt so geht es Stein hier rum. Ich muss lade. Äh, vor uns, vor uns, vor uns. Direkt vor uns. Hinterm Auto, ne? Äh, wahrscheinlich jetzt immer rechts um die Hügel. Ja, rechts um, vor. Ist es vor, Schiff? Ja, ich guck grad noch hinten. Deck mich mal, deck mich. Ja, ja. Komm mal, auch mit vor. Ah, da rechts, ja. Bastian? Nein. Ich geh kurz vor hier hin. Ja, ich geh links. Hier ist scheiße, hier ist zu offen. Ich geh zurück. Ne, das bringt's hier nicht. Ja, wie schon gesagt, hier ist zu offen. Ich mach grad zu Chris, über. Ja, ich guck mal, so grad müssen. Nein, nein, nein. Ich hab ein paar Granaten, ich hab vier Granaten. Ich hab was noch aufdraucht. Äh, hier bei mir. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ab, ist jetzt der Tod gewesen. Okay, war einzeln. Der hat irgendwo in Richtung Nordwesten geschossen. Ach, verdammt, warum hat denn keiner mehr Schmerzmittel? Ich hab Schmerzmittel. Die Zone ist mittlerweile richtig klein. Ich hab auch noch zwei, ich schau nach hinten nachher. Und zwar Richtung Süden war grad ein Schuss. Ja. Der war relativ nahe. Ja. Schau mal, ob ich da was spotten kann, wenn ich hier ein bisschen drüber peek. In third person Schummelei. Ja, ich hier auch. Rechts von uns irgendwo im Norden. Äh, links von uns, Richtung 200 in etwa. Grämmer, siehst du ihn? Der ist da auf der Straße gerade. Lootet oder so. Was, wo? Ist jetzt in dem Kühl runter. Hat einen Head. Hinterbaum, hinterbaum. Ja, hinterbaum, egal. Weiter schauen. Ich schau hinter uns mal kurz. Sah so aus, als wäre er alleine, ne? Ja. Könnte er alleine sein, könnte er aber auch nicht alleine sein. Glaubt, er ist wieder weggegangen vom Baum. Der ist immer noch da, Herr Luschatten. Der ist nicht, ist vom Baum weggegangen. Ja, der Luschatten aber. Für Pursen. Der ist jetzt außerhalb der Zone. Chris ist von der Westen. Ich habe ihn gar keine. Ja, ficken, habe ich nicht erwischt. Von wo, wo ist das? Ja, 200, 200. Du stehst extrem offen. Ja. 200, ob ich immer noch der Typ habe. Ah, noch einer bei 190 jetzt. Also, das sind zwei. Die schießen können. Ja, der hat sich gegenseitig. Der eine hat den anderen gekillt. Ja, von der, schießt euch doch noch. Norden, Norden, Norden. Nicht so weit drüber, Alter. Dennoch nicht direkt drüber. Und wie es wird immer so geklumpft sein. Ich schau nochmal in die Richtung. Ich probiere was. Oh Gott, von hinten, oder? Ich weiß nicht von wo. Ja, der Typ führt Richtung Süden. Aber der ist aber noch hinter der Straße. Ich renne gerade zu so einem Felsen. Der ist da am Felsen bei 170 ganz links unten. Wir sind nicht in der Zone, aber wir haben es nicht weit. Ja, wir können erstmal hier bleiben. Ich schaue immer noch auf den Typen im Süden. Der kommt jetzt langsam unten am Hügel lang. Den können wir jetzt abschießen. Der hat keine Deckung. Der hat zwei Hits. Schade. Ich push, ah scheiße. Wir können ihn nicht pushen. Ich push. Geh mal zwei Nades, drop mal zwei Nades, Chris. Äh, 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 ja. Zum Baum da. Also hinter dem Baum so zu sein. Ach so, droppen. Hab ich die nicht aufgehoben? Leute. Ach verdammt, wir haben gar keine Deckung von dem. Nee, alles die und die ist. Fuck, nicht, 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 nicht getroffen. Ah, auf jeden Fall 290 ist auf jeden Fall noch einer. Hinter großen Felsen, aber ich fett. Ah, oben, oben, oben. Wir haben mehrere Leute oben, 245. Ach, hinter uns. Happen, happen. Passt. Wir müssen jetzt vor. Durchladen und weiter, wir müssen los. Geradeaus 250 sind zwei Stück hinter dem Felsen, 250, wo wir drauf zu laufen. Ah, ich bin hängen geblieben. Und was soll ich spielen? Äh, die Ball hat einen ausgelockt. Ja, da ist es. Sein Team hat krieg ich nicht. Sein Team hat krieg ich nicht. Geil. Den einen ausgelockt. Okay, einer noch hinter dem Felsen, ja, ja. Ich halte mich kurz hoch. Hab nur noch ein Schmerzmittel. Ja, ich hab viel Heizzeug, aber wie soll ich jetzt hier wegkommen, ne? Ich hab auch massenhaft Heizzeug. Ich hab halt nur nicht das. Ich bin in der nächsten Zone, Jungs, wir haben ja richtig Glück. Ja, nice. Aber der direkt vor uns ist, hat noch gesagt. Ja, bei 340, ich kriege mal auf dem Felsen oben drauf. Zwei Stück da. Ja, was soll ich machen? Ich kümmere mich dabei um den anderen, der an der Felsen ist. Ja, ich schaue auf die. Ich schaue auf die beiden. Ja, schießen auf sich gegenseitig. Was ist das da oben? Nee, Stein. Äh, guck, da guck, da guck. Ah, jetzt guck. Ich sehe ihn ganz leicht, bei 255 hinterm Stein. Ganz links war der kurz. Ich hab nur kurz sein Bein gesehen. Ach da, ich höre nur die Einschläge. Ich sehe ihn aber nicht gerade. Jetzt wieder, ah. Der Busch verdeckt ihn von hier aus. Er ist tot. Hui. Scheiße, geil. Von uns aus, 380 Trämmen, immer noch die drei Typen. Das müssen wir hier nicht sein. Ja, ich muss mich gerade erheilen. Ich muss mich gerade erheilen. Sniper? Ausgenommen. Gut, gut, gut. Der ist ausgenommen. Rechts am Baum ist noch einer dieser Karle da. Ist tot. Ich schieße jetzt so mit dem Ding, Alter. Es geht noch nicht. Ah, links am Felsen ist einer. Zwei Spiele nur noch, ne? Ist der einer ausgedockt oder tot? Einen hab ich gezittelt. Okay, dann der eine. Dann nur noch die beiden da auf der Seite. Ah, einer letzter ist. Felsen. Ah, zwei noch. Ah, wir sind nur zu dritt, ne? Ja. Haben richtig kassiert. Haben? Hatten Headshots? Letzter. Der andere ist auch hinten in die Ecke. Ja, der ist auch der. Ja, ich rechne jetzt auf den Zug, ich stürme auf den Zug. Nein, 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 nein. Ach, der ist außerhalb der Zone? Ja, der ist außerhalb der Zone. Wow. Hab ihn zu gefühlt. Der längste eine, Alter. Oh, Mann. Ruhig. Richtig gut. Ich glaube, Mario. Nein, heute nicht. Heute nicht. Boah. Heute gibt's kein Ecken. Halt, halt, stopp. Sieh nicht, gibt's so was. Wohin? Wohin, aber in der Chicken-Linner. Ja, ich würde sagen, das war eine gute Warm-Up-Runde, oder? Ja, das war echt der Gute, ne? Hey, vor allem, Errungenschaft freigeschaltet, die fantastischen vier waren zwar nur drei Leute, aber wir waren die fantastischen vier. Ja, ich hab auch die gekriegt. Ja, also für meine Verhältnisse. Wie viele Kills hast du, Christus? Du hast richtig viele, ja, prima. Fünf. Fünf? Fünf? Ja, für meine Verhältnisse war das schon krass, hier. Auch fünf Kills. Ich hab irgendwie... 13, okay. Alles klar. Nachdem das jetzt Warm-Up war und einer von den beiden, wahrscheinlich, die ich jetzt auch noch mitspielt, würde ich sagen, nächste Killern-Peilungszahl 26 verdoppeln. Achso, du hast... Achso, ich dachte, du hast... Du hast 13. Nein, also... Nein. Alter, schlitter, schlitter. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Toppen. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Achso, das... Du Huren! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zau. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ja, ich hab immer da. Ähm. Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Das ist ein Zeug. Achso. Vielen Dank.